Theo, wir sind das zweitschlechteste Fitnessstudio der ganzen Stadt. Du hast doch gesagt, wir brauchen hier mal Veränderung, dringend Veränderung. Und dann haben wir jetzt hier Veränderung mit einem Start. Ganz kurz, woher soll man denn gehen? Wir, also Frauen, brauchen einen Bereich, in dem sie ungestört trainieren können. Guck mal hier. Ich pack das nicht. Ich hab selten so eine Niete gesehen. Nur die coolsten Leute. Influencer, Sinfluencer. Ginfluencer für die feuchtfröhliche Stimmung. Was haltet ihr von einer Belästigungsbeauftragten? Was wären wir ohne unser Herz? Manu? Tod? Ja, Tod. Fuck. Was ist denn jetzt? Ich dachte, ihr wollt uns einheizen. Das ist mir scheißegal, ob dein T-Shirt juckt oder den Ausschlag gibt. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal, wer Variant ist mir scheißegal.